moin leute was geht hier ist der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die midas herausforderung lösen könnt indem ihr eine goldene kampfmedaille verdienen müsst und zwar müsst ihr für diese goldene kampfmedaille in solos duos oder teams 8 kills machen oder ihr macht das bei grundenkeile was wesentlich leichter ist leute da braucht ihr dann 10 kills und ihr erreicht die goldene medaille das müsst ihr also kann man pro runde nur einmal verdienen leute damit ihr bescheid wisst ja das war es dann auch schon ich hoffe euch hat das video gefallen lasst ein like da leute lasst ein abo auf ihre da und wir sehen uns im nächsten video macht's gut